Es ist absolut ein Kindheitstraum, der mich schon lange begleitet hat. Meine Eltern hatten eine große Plattensammlung und ich bin zwischen Schlagern an dieser Glen Gold Aufnahme von den Goldberg-Variationen hängen geblieben und ich habe es immer bedauert, dass es ein Klavierwerk ist und kein Geigenwerk. Also ich konnte es nicht auf der Geige spielen und so ist dann die Idee entstanden, warum lasse ich nicht diese Goldberg-Variationen auf der Geige erklingen. Und dann habe ich die Idee weitergeführt. Ich nehme historische Variationen aus diesen Goldberg-Variationen, die schon existieren, lasse die arrangieren von Andreas Tagmann. Das bedeutet für Streichorchester der Cembalo Geige umarbeiten. Ich frage Komponisten aus der jetzigen Zeit Lust haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und habe die die beauftragt, auf diesem Thema basierend neue Variationen zu schreiben. Es ist ganz spannend zu sehen, dass Bach damals so ein Thema geschrieben hat und dieses Thema genauso jetzt auch verarbeitet werden kann, aber die Musik komplett anders wird am Ende. Die Goldberg-Variationen gehören zu den Kanonen klassischer Musikwerke und sind immer wieder neu und interessant, sodass wir gesagt haben, wir wollen uns mit diesem Werk auch nochmal beschäftigen und daraus ein neues Projekt entwickeln. Diese Variationen öffnen auch genreübergreifende Möglichkeiten und das ist für mich auch ganz wichtig, dass wir nicht nur in einer barocken Szene bleiben. Mit Wolf Kerscheck haben wir ein Walking Bass drinnen, also wirklich Bach-Goldberg verjazzed. Das geht über Filmmusik, das geht über atonale Techniken, das geht über serielles. Natürlich gibt es sehr moderne Musik, die wir auf dem Disc haben, aber auch ein extrem einfach einfacher zu hören, wie minimalistische Dinge, die überraschen. Die Überraschung ist immer, dass es komplett andere Stile gibt. Jeder Komponist hat eine eigene Sprache und es überlappt nicht oder sowas. Wir haben zum Beispiel ein Verophon dabei, das ist ein Glasharmonium, was klanglich eine ganz neue Welt offenbart. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, zu schauen, dass es so eine timelesse Masterpiece in einem völlig neuen Weg gibt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man mit den Ebenen verwendet hat. Es gibt verschiedene Elementen, die es eher schwierig zu bringen auf dem Pianow, und es bringt ein ganz anderes Spektrum von Colors zu den Pianow. Ich denke, das die unglaublichste Sache über diese Produktion ist die Idee, zu intersperren die Arrangements der originalen Goldberg Variations mit den neuen Pianow. Du kannst all die Musik hören, und du kannst auf diese Reise, zwischen den historischen und den neuen Pianow. und ich denke, das macht es sehr speziell. Man hat diesen Kontrast zwischen alter Musik und neuer Musik, aber immer diese Gemeinsamkeit des Themas der Goldberg Variation. Funktioniert. ARD Text im Auftrag von Funk